Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Bioshock-DLC. Und ja, wir haben in der letzten Folge das Geheimnis aufgedeckt. Wow. Um Frank Fontaine und Atlas. Es ist dieselbe Person. Nein, wer hätte das gedacht? Okay, jetzt wollen wir einfach mal mit der Hauptmissung weitermachen, aber ich möchte mich nochmal hier schnell umschauen. Bevor wir hier direkt weitermachen. Wo ist denn da hin? Ach, da. Er bleibt doch da stehen, oder? Ja. Tschüss. Hä, ist denn noch einer? Hä, wo kommen die alle her? Alter. Wo kommen die her? So ist sie, oder? Ist ja nusch. Alter, wieso sind da so viele? Okay, die werde ich jetzt mal versuchen, einfach mal zu umgehen. Ob nicht geht das? Wir müssen jetzt hier rumhampeln. Hör! Super. Immer mit der Ruhe. Alter. So. Jetzt reparieren wir aber mal die Lutez-Maschine. Nicht richtig? Genau, ich muss ja hier raus. Ich muss ja hier raus. Das ist, was passiert, wenn du mit den Schotten schwimmst. Oh, Big Daddy. Bitte lass mich in Ruhe. Höh! Du siehst mich nicht. Scheiße. Hey! Hey, du, du in der Bettung? Boah. So oben entlang? Ich werde niemanden verhören, wenn ich nicht muss. Aber sie machen mich. Scheiße. Du siehst mich nicht. Mann, dich kann ich ausnücken. Oh, der hat Lockpick dabei gehabt. Und Eve. Das ist ja super. Ah, sei ruhig. So, da drüben läuft einer rum. Da steht noch jemand. Und da oben. Kommt der jetzt hier lang? Nee. Scheiße. Muss ich da lang? Muss ich da lang? Ja, ich muss da lang. Jetzt kommt der neue hoch. Alter. Scheiße. Boah. Was war das? Ich hab mich gerade erschrocken. Alter, was war das? Boah. Scheiße, was mach ich jetzt? Kann ich hier überhaupt rein? Ja, eigentlich schon, oder? Hau bloß ab. Bloß weg hier. Komm schon. Boah. Okay, jetzt sind wir also wieder in dem Restaurant. Und wir müssen... Müssen wir hier hoch? Ich glaube schon, ja. Hallo? Wieso ruckelt das denn hier zwischendurch? Was ist denn da mal los? Die Lutez-Maschine. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Schreibtisch durchsuchen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Okay, ist eh leer. Fink. Der alte Mistfink. So, jetzt sollen wir die Maschine... Den Filter einfügen. Zack. Hm. Das ist ein Traum. Nicht benutzbar. Muss ich jetzt so machen? Elisabeth? Das sehe ich ja... Sehe ich ja jetzt das Bild. Hier haben wir die Kartonröhre. Well, nicht die perfekte Phosphorfrequenz, aber... Das wird nicht aus Yves. Su Chang muss hier irgendwo eine Suppe stasht haben. Ja, das hoffe ich. Stimmt ja wirklich nicht genug, ey. Verschieße Viertelchenfrost auf die Welt zu spulen. Bla, 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 bla. Würde ich gerne, wenn ich Yves hätte. Hab ich aber leider nicht. Verdammt. Hab ich etwa schon alles aufgebraucht? Was hier oben rumlag? Das wäre jetzt super ungünstig, aber ich glaube, hier ist irgendwo noch so eine lustige Maschine. Wo ich mal das kaufen kann notfalls. Hoffe ich jedenfalls. Scheiße. Da liegt doch Yves. Super. Jetzt sollte es reichen. Äh, hallo? So, wäre vielleicht super, wenn wir hier noch ein bisschen mehr finden würden, aber sieht nicht so aus. Hör mal, hier im Kühlschrank vielleicht. Falls dieser aufgeht. Ja. Da waren wir schon dran. Dosefisch. Dosefisch, äh, Dosefisch. Dosefisch, saure Gorken. Denn wie wir ja wissen, Elisabeth ist schwanger und sie ist gerne saure Gorken in Verbindung mit Schokolade. So, wo soll ich jetzt draufschießen? Reparier die Lütest... Äh, toll. Wo soll ich jetzt draufschießen? Hier oben? Okay, that should stop it from overheating. Aha. There. Everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Band, aktiviere die Lütestmaschine. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. If I did everything correctly, all that's left should be pulling the lever at the front of the device. Okay. Auf geht's. Hoffentlich. Nach Kolumbia. Und los. Sesame. Oder Terri. Rüstbetritt. Ach, wie geil. Wir kommen nach Kolumbia. Oh, super. Enter. Okay. Kolumbia. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal nach Kolumbia kommen würde. Schon gar nicht zu genau diesem Zeitpunkt. Ach, mit der schönen Musik. Ah, Spiral Shock Infinite, den Hauptspiel. Ist das nicht sogar das Kleid direkt von dem Luftschiff selber? Aus der Kabine? Gaspfeile wirken nicht bei Gegnern mit Gasmasken. Ja, das ist mir eigentlich auch klar. Ach, wir kommen genau hier raus? Ach, wir kommen genau hier raus? Ich schaffe das Quantenpartikel. Kleid unserer First Lady. Oh, das ist so cool, ey. Oh, ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt. Ich bin... Knopf drücken. Es kann nicht so leicht sein. Die First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. Ich habe alles über das in der Kolumbian Scientific. Ah, okay. Die Partikel ist auf der Topf der Struktur. Ah, hier ist der Luft, okay. Sieht wie eine Menge Technologie, nur ein flotter Flugzeug. Comstock hat nie gehört von Hydrogen. Die First Lady Mark I war auf Hydrogen. Und es wurde durch eine einzige Kugel von der Vox-Sniper. Oh. Kommen wir hier rein? Guck mal. Gibt es da irgendwas zu... Was ist das davor? Ist das eine Statue? Ich sehe das gar nicht richtig. Hm. Leider können wir hier nicht durch. Schade. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr von Columbia sehen. Das wäre echt super. Was ist das für doch schön, in Columbia zu sein. Damals noch von Infinite, wo man wieder zurück nach Rapture gekommen ist, also aus dem Hauptspiel, so in der Enzequell... Also in den letzten paar Minuten des Spiels, wenn man es so will. Da war das, boah, geil, Rapture, weißt du, war doch Rapture. Und jetzt ist es genau umgedreht. Jetzt kommst du von Rapture wieder zurück, gehst du nach Columbia. Ja, boah, geil, Columbia. Boah, das ist so super. Geil, wie... Oh. Das, wir wollen ja nicht abstürzen. Das wäre eher doof. Ähm. Ah, hier. Ersatz. Kehren zum Rüst zurück, jetzt schon? Ernsthaft? Ich glaube aber noch nicht, dass es das war. Irgendwas wird noch passieren. Hundertprozentig. Äh, das ist richtig. Ist die Tür jetzt offen? Doch. Die Tür ist jetzt offen. Und da wackelt jetzt irgendwas. Eine Fahne von dem Vox Populi, denke ich mal, so wie das aussieht. Rist benutzen. Alter, ich will den Rist nicht benutzen. Ich... Äh, ich guck mich erst mal hier um. Nothing but trouble that way. Besser, ich gehe direkt zurück zur Rapture. Oh. Wenn jetzt aber irgendwas bewegt, da wird noch irgendwas passieren. Hundertprozentig. Was? 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 hat es sich nicht nach in der im Jahr Jürgen es ist es ist es ist es ist ich hab's gesagt was wird auch passieren das heißt wir können sie noch in Columbia umschauen Ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich. Ah, ah! Vox Populi, wir müssen in der Mitte der Siege kommen. Das bedeutet, die anderen, du und ich sind wahrscheinlich in der Faktorie. Auf der Weg nach der First Lady. Und was passiert, wenn wir uns selbst in die Hand gehen? Wir werden nicht. Wie wissen Sie das? Weil wir nicht. Das stimmt, was ist das? In dem eisernen Vorhang? Was ist das denn? Ach. Ach. Das ist ja... Recht haben wir uns nicht drückt, um einen Schild zu erzeugen, der feindlichen Beschuss in der Munition vom... Ah, cool. Ah, diese scheiß Dinger. Ich bin mal gespannt, ob wir uns selber sehen. Also, von Weitem irgendwie. Wechselkiste durchsuchen. Das heißt, wir sind gerade auf dem Weg hierher. Stimmt. Wir sind auf dem Weg hierher, weil hier liegt nämlich der Schraubenschlüssel, oder wie das Ding heißt, liegt nämlich noch hier rechts. Weil später liegt das Ding noch nämlich hier und wir kriegen eine von... Also, Buka kriegt eine von Elisabeths übergezimmert. Das weiß ich noch. Oh, geil. Ich fühle mich wie so kleines Kind. Alter. Fabrik-Docs. Ach, schön, wieder in Columbia zu sein. Mal sehen, was es alles so zu entdecken gibt. Äh. Hallo? Äh. Lüftungsschacht? 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 Ich hab nix gesehen. Büro... Und du hast mir eine gute Arbeit gemacht, aber ich werde nicht verletzen. Ich werde nicht verletzen. Ich werde Fink und Comstock verletzen, aber ich werde nicht behalten, dass ich den Vater verletzen will. Du hast uns verletzt. Wir haben nicht gesagt, dass du nicht verletzt, um den Kind zu verletzen. Nor haben wir gesagt, dass du dir die Hand der Welt verletzen würde, um die Welt zu verletzen. Ein famouser Mann einmal gesagt hat... Und ein famouser Mann soll sagen... Ich werde auf dem Mountain-Topf. Aber ich bin Angst, dass ich nie mehr zu sehen, um die Valle below zu verletzen. Aber... Aber... Du meinst, ich werde nicht leben, um die... Nein. Es geht dir, was mehr macht. Ihr Teil in der Sprechung? Oder die Sprechung selbst. Someone kommt. Sie wird eine Frau. Sie muss leave... Eine Frau. Und was macht die Unterschiede zwischen einer Frau und einer Frau? Blood. Ihr Teil in der Sprechung? Oder die Sprechung selbst. Sie wird sie in eine Verletzung? Wie? Die Frau wird keine Wahl. Und sie wird sie verletzten zu machen. Was? Das gehörte alles zum Plan? Alter, bitte was? Es sollte so geschehen. Wie krass ist das bitte? Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Ist hier gar nichts. Es ist übrigens dunkel. Die Lutez-Zwillinge fragen Daisy, ob sie... Dass sie sterben? Oder bitten darum, dass sie stirbt? Es ist... Hm? Alter, wie krank. Und ich sehe immer noch nichts. Ah, geht's runter. Ey, das ist echt krank. Alter, ich sehe nichts. Höh! Er steht im Weg. Diesmal hältst du mich nicht auf. Mal sehen. Die locken wir mal aus, ja? So, zack. Ich bin jetzt so ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Ich möchte diese Stadt was sagen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, machen wir hier ein kleines Folgenpois-Line. Steht da unten jemand? Nee. Ist das wieder eine Verbesserung? Ist das nicht sogar die Stelle, wo das passiert? Nee. Das ging irgendwie nach außenrum, glaube ich. Jedenfalls, wir machen jetzt ein kleines Folgenpois-Line. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Balschokin for the Beryl Etsy Episode 2. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also dann, tschüssi-lii. 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 Vielen Dank.